Entdecken Sie einen unvergleichlichen Genuss. Geboren aus Leidenschaft und der Liebe zur Kunst des Bierbrauens. Einen Genuss, der seine Wurzeln im Vogtland hat, aber überall auf der Welt Anerkennung findet. Der erste Schritt auf diesem Weg beginnt hier, in der Natur. Mit der sorgfältigen Auswahl der besten Zutaten, die dieses Premium-Pilz so einzigartig machen. Die goldene Braugerste, für Wernesgrüner ist höchste Qualität eine stetige Verpflichtung. Naturbelassenes, kristallklares Wasser aus den Quellen des Naturparks Erzgebirge Vogtland verleiht Wernesgrüner seinen weichen und eleganten Charakter. Hier kommt eben alles Gute zusammen. Feinste Zutaten für einen herausragenden Genuss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Viergleich Viergleich